Vor einigen Jahren erregte der KFC Uerdingen großes Aufsehen. Ein russischer Investor stieg ein und träumte von der Bundesliga. Der Verein war über 20 Jahre lang in den Niederungen des deutschen Amateurfußballs anzutreffen und wollte plötzlich wieder nach oben. Mit viel Geld und prominenten Spielerverpflichtungen ging es bis in Liga 3, ehe das Projekt krachend scheiterte. Der Investor zog sich zurück. Bis heute gilt Uerdingen als ein großes Negativbeispiel gegen die Öffnung des deutschen Fußballs für Investoren. Heutzutage findet man den Traditionsverein vom Niederrhein wieder dort, wo er vor ein paar Jahren hergekommen ist. In der 5-klassigen Oberliga. Jedoch bietet der Klub eine spannende und wechselhafte Geschichte, aus der man sehr viele Lehren ziehen kann. Daher möchte ich in diesem Video die Geschichte des KFC Uerdingen aufarbeiten und anschließend den Absturz bis heute erläutern. Ich würde mich riesig freuen, könntet ihr diesem Video einen Like geben und meinen Kanal abonnieren. Diese Videos, diese Recherchen dieser Art kosten unglaublich viel Zeit und sind richtig, richtig anstrengend. Ich hoffe, ich kann euch damit ein gutes und unterhaltsames Gesamtprodukt liefern. Wenn ihr etwas mehr in der Materie seid, also diesen ganzen Absturz als Uerdingen-Fans hautnah mitbekommen habt, schreibt mir doch gerne. Ich persönlich finde es sehr interessant, Einblicke von Insidern zu erhalten, da man sich als Außenstehender immer nur in so weit reinarbeiten kann, wie es Medienberichte der Zeit hergeben. Die Historie des KFC Uerdings hat unglaublich viele Facetten. Der Verein wurde getreu dem Motto Elf Freunde müsst ihr sein, 1905 als FC Uerdingen gegründet und befand sich zunächst in den Niederungen des Amateurfußballs dieser frühen Fußballzeit in Deutschland. Man war kein relevanter Verein, sondern eher ein kleiner Provinzklub. Die Grundlage für den späteren Erfolg erfolgte erst 1953. Die meisten Spieler des FC Uerdingen arbeiteten für den großen Bayer-Konzern, der dort ortsansässig war. Entsprechend vereinigte man den Fußballklub zusammen mit der Werksportabteilung von Bayer. So wurde aus dem FC Uerdingen 05 der FC Bayer 05 Uerdingen. Doch man darf sich das nicht so vorstellen wie die heutigen Konzernklubs. Das ist eine Werksportmannschaft. In erster Linie sollten dort Angestellte von Bayer spielen. Dennoch erhielt man natürlich finanzielle Förderung und die äußerte sich dann später auch in sportlichem Erfolg. Man hat nicht alles kaputt gekauft, doch die neuen Mittel waren merklich. Es dauerte 18 Jahre, bis man auf einmal im Profifußball angekommen war. Ab 1971 spielte der Werksportklub also zweitklassig in der Regionalliga West. Durch gute Ergebnisse in den folgenden drei Jahren konnte man sich für die neu geschaffene zweigleisige zweite Bundesliga qualifizieren. Man trat entsprechend der geografischen Lage in der Nordstaffel an. Und dort gelang ein kleines Wunder. Denn die Uerdinger wurden Zweiter in der ersten Saison. Und durften entsprechend an den Aufstiegsspielen zur Bundesliga teilnehmen. Dort besiegte man Pirmasens durch ein 4 zu 4 und 6 zu 0 Erfolg. Der Werksportklub spielte auf einmal in der Bundesliga und war damit der erste Werksklub, den das gelingen konnte. Bayer Leverkusen schaffte diesen Sprung in die Bundesliga einige Jahre später und ist ja auch noch bis heute dort anzutreffen. Das erste Kapitel Bundesliga endete für Uerdingen allerdings schnell. Man stieg direkt wieder ab. Erst 1979 kehrte man ins Fußballoberhaus zurück. Zwei Jahre später, also 1981, ging es wieder ins Unterhaus. 1983 wieder nach oben. Man war eine klassische Fahrstuhlmannschaft, die ab 1983 aber die erfolgreichste Ära einleiten konnte. Die Bundesliga-Rückkehr machte man erst in der Relegation gegen Schalke Ding fest. Die nächsten Jahre sollten so richtig turbulent und das im positivsten Sinne werden. Unter Trainer Karl-Heinz Feldkamp konnte man zahlreiche große Erfolge feiern. Die herausragendsten Spielzeiten sind dabei 1984 bis 1986 zu verorten. Ein besonderes Kapitel stellt dabei der DFB-Pokal 1985 dar. In der ersten Runde besiegte man den VfB Oldenburg standesgemäß mit 6 zu 1. In der zweiten Runde bezwang man den Rivalen aus Düsseldorf mit 2 zu 1. Dieses Bundesliga-interne Duell erlangt seine Brisanz auch auf Grundlage der Entfernung bei der Städte. Düsseldorf und Krefeld sind nicht besonders weit auseinander. Im Achtelfinale hatte Bayer Uerdingen das Losglück. Der Verbandsligist SC Geislingen war der Gegner. Doch die lieferten einen großartigen Kampf und konnten das 0 zu 0 echt lange verteidigen. Der Bundesligist schaffte es erst in der 87. Minute durch Matthias Hergert in Führung zu gehen. Wolfgang Schäfer legte in der 90. Minute nach. Dementsprechend konnte man ins Viertelfinale vorrücken, wo mit Werder Bremen einer der Giganten des deutschen Fußballs wartete. Das von Otto Rehagel trainierte Team ging durch Uwe Reinders früh in Führung. In der umkämpften Partie gab es gleich 7 gelbe Karten in der ersten Halbzeit. Kurz nach der Pause drehte Uerdingen auf und erzielte 2 Treffer. Das 2 zu 1 konnte man bis zum Schluss verteidigen. Im Halbfinale hatte man dann erneut Losglück. Der Zweitligist aus Saarbrücken. Der 1. FC Saarbrücken und DFB-Pokal-Erfolg, das versteht sich eigentlich. Und auch hier hatte der kleinere Klub das Heimrecht. Im Ludwigsparkstadion von 32.000 Zuschauern wurde es wieder eine knappe Angelegenheit. Der Endstand? 1 zu 0 für Bayer Uerdingen. Die Krefelder stehen im DFB-Pokalfinale. Der Gegner? Kein geringerer als der FC Bayern München, der größte deutsche Fußballverein. Blickt man auf die damalige Bayern-Mannschaft, hat man einige große Namen vor sich. Klaus Augenthaler, Luther Matthäus oder Dieter Hoeneß sind bis heute bekannt. Und der haushohe Favorit wurde seiner Stellung gerecht. Nach 8 Minuten besorgte Dieter Hoeneß die Führung für die Bayern. Gewinnen die erfolgreichen Münchner erneut den DFB-Pokal? Bayer Uerdingen bemüht sich und kann postwendend ausgleichen. 1 zu 1 steht es in diesem Spiel lange. Der Kipppunkt in Richtung Uerdingen ereignet sich früh in der zweiten Hälfte. Bayern München sah eine rote Karte. Bayern 05 war von nun an in Überzahl. Nach 67 Minuten war es soweit. Der Uerdinger Schäfer besorgte die Führung für die Krefelder. Und der Werksklub konnte diese bis zum Schluss verteidigen. Mit 2 zu 1 siegte man über die Bayern und konnte den DFB-Pokal in den Himmel Berlins heben. Die Elf vom Niederrhein, umringt von deutschen Fußballgiganten wie Gladbach oder Köln in direkter Nähe, war Pokalsieger geworden. Die folgende Spielzeit war vielleicht noch außergewöhnlicher. Bayer Uerdingen erreichte Platz 3 in der Bundesliga. Ein extrem starkes Ergebnis. Und im Europapokal der Pokalsieger, dem Vorgänger der Europa League, zeigte man furiose Leistungen. Erst besiegte man Galatasaray, bevor man im Viertelfinale auf den Ostvertreter Dynamo Dresden traf. Und was hier passierte, ist der absolute Wahnsinn. Das Rückspiel ging in die Geschichte des Fußballs ein, als Jahrhundertspiel. Die SGD konnte sich nämlich im Hinspiel mit 2 zu 0 durchsetzen und führte im Rückspiel gar mit 3 zu 1 zur Halbzeit. Es sah alles danach aus, als würde der Ostvertreter den Westvertreter schlagen. Was dann passierte, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Der Werksklub aus Uerdingen lag nämlich mit 1 zu 5 zurück. Dank der Auswärtstorregel brauchte man in Hälfte 2 5 Tore, um in irgendeiner Form weiterzukommen. Wenn man nach 90 Minuten auf die Anzeigetafel blickte, konnte man sich nur die Augen reiben. Denn was dort stand, war unglaublich. 7 zu 3 ging diese Partie zugunsten von Bayer 05 Uerdingen aus. 6 Tore, allein in Halbzeit 2. Dresden war geschlagen und man stieß bis ins Halbfinale vor. Dort scheiterte man allerdings an der Detico Madrid. Doch die Magie der Grotenburg schien langsam aufgebraucht. Bayer Uerdingen steuert ab diesem Zeitpunkt schnurstracks auf den Downfall zu. 1991 steigt man überraschend aus der Bundesliga ab. Man schafft es zwar wieder nach oben, aber 1995 erreichte den Verein die nächste Hiobsbotschaft. Der Bayern-Konzern steigt aus. Kein Bayer Uerdingen mehr. Der Bayer-Konzern hat insgesamt einen riesigen Teil zum Erfolg des Vereins beigetragen. Man wurde finanziert, man hatte einen starken Partner im Rücken. Natürlich hat man sich in übermäßigen Maße eingekauft, aber dass sich der Fußball in Uerdingen bzw. in Krefeld so refinanziert, das ist nicht immer gegeben und wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Die Konkurrenz in der Region ist einfach riesig. Der 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach, Dortmund, Schalke und zahlreiche weitere kleinere Vereine, die aber immer noch eine große Wertigkeit innerhalb dieser Region besitzen. Fußball in der Nähe des Pots, Fußball in NRW ist einfach ein sehr komplexes Thema. Und immer wieder hat man hier Giganten des früheren deutschen Fußballs, die einfach komplett bis in den Amateurbereich durchgereicht werden. Es herrscht unglaubliches Konkurrenzdenken bei nicht der besten Wirtschaftslage. Nachdem der Großsponsor weg ist, geht es halt nur noch bergab. 1996 steigt man letztmalig aus der Bundesliga ab. 1999 spielt man das letzte Mal zweite Liga. Der Verein war massiv gebeutelt. Finanzielle Probleme ziehen sich durch die nächsten 20 Jahre der Geschichte. 2002 muss man das erste Mal Insolvenz anmelden. Dank Bemühungen der Sponsoren schafft man es jedoch, diesen Antrag wieder zurückzuziehen. Doch das Ganze ist nur sowas wie aufgeschoben. 2005 nämlich folgt die nächste Insolvenz. Man wird aus der Regionalliga geworfen und ist nun wirklich, wirklich im tiefen Amateurfußball angekommen. 2007, also kaum zwei Jahre später, droht die nächste Insolvenz. Nur Retterspiel und Bemühungen der Fans bewahren den Verein vor dem völligen Konkurs. Doch auch die sportliche Entwicklung ist zu diesem Zeitpunkt katastrophal. Man verpasst die Qualifikation zur NRW-Liga, die neu geschaffen wird. Man ist nun in der sechstklassigen Niederrhein-Liga. Ein ehemaliger DFB-Pokalsieger, Europapokal-Teilnehmer und Bundesligist spielt in der Sechstklassigkeit. Schon ab 2008 beginnt in Oerdingen das Zeitalter der träumenden Investoren. Der lokale Geschäftsmann, Agisilaos Kocodialos, rettet den Verein mit einem Darlehen von über 100.000 Euro. Anschließend übernimmt er den Vorsitz und leitet die Geschicke. Sein Ziel, innerhalb von fünf Jahren in die dritte Liga aufsteigen. Dabei inkludiert sind unter anderem Marketing-Stans wie die Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Torjägers Ailton. Doch es dauert bis 2011, bis sich endlich wieder Erfolg einstellt. Der erste Aufstieg seit Mitte der 90er Jahre. Oerdingen ist zurück in der Fünfklassigkeit. Immerhin 3000 Fans sind bei den Feierlichkeiten in der Grotenburg dabei. Für die Sechstklassigkeit ist das eine ganze Menge und zeigt einfach, wie verwurzelt der Verein in der Stadt und in der Region ist. Der angestrebte Durchmarsch in die Regionalliga wurde im folgenden Jahr allerdings verpasst. Erst 2013 stieg man in die Regionalliga West auf. Doch hier war man mehr oder minder chancenlos. Im ersten Jahr wäre man eigentlich sportlich abgestiegen. Nur die Lizenzierungssituation rund um andere Vereine sorgte dafür, dass Oerdingen in der Liga erhalten blieb. Bayer Leverkusen meldete die zweite Mannschaft ab. Gleichzeitig stieg Amina Bielefeld ab und durfte keine zweite Mannschaft für die Regionalliga melden. Zudem stieg der Westvertreter Fortuna Köln in die dritte Liga auf. Nur aufgrund dieses Umstands durfte Oerdingen ein weiteres Jahr in der Regionalliga antreten. Doch auch finanziell war man selber nicht auf Rosen gebettet. Es gab Lizenzierungsprobleme im folgenden Jahr. Letztendlich ist das aber relativ egal, denn sportlich stieg man sowieso ab und war wieder in der Oberliga anzutreffen. Und 2016 betritt ein bekannter Russe die Bühne des deutschen Fußballs und kündigt an, groß in den Sport zu investieren. Michael Ponomarev. Es gibt hier übrigens eine Kontroverse um den Namen. Fast alle deutschen Medienhäuser bezeichnen ihn als Ponomarev, während sein Wikipedia-Artikel meint, dass das fälschlicherweise der falsche Name wäre. Da ich jedoch dem Spiegel und Kicker mehr Vertrauen schenke als Wikipedia, bleiben wir hier an der Stelle bei Ponomarev. 2017 gliedert Oerdingen die Profiabteilung aus dem Stammverein aus. Ponomarev übernimmt in der Folge ab 2018 97,5% der Anteile. Um 50 plus 1 zu wahren, liegt die Stimmenmehrheit dennoch beim e.V. Das umgeht Oerdingen aber auch, denn Ponomarev lässt sich einfach zum Präsidenten des eingetragenen Vereins wählen. Er hat quasi die komplette Macht im Verein ab diesem Zeitpunkt. Und das wird bedeuten, dass es ab nun richtig chaotisch wird. Nachdem der Aufstieg in die Regionalliga glückte, kaufte man im großen Stile ein und verpflichtete Akteure, die über Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung en masse verfügten. Christopher Schorch, Marcel Reichwein, Maxi Beister und einige andere. Oerdingen hatte da eine super Truppe zusammen, die von Trainer Michael Wiesinger betreut wurde. Doch wie man auf Oerdingen mit Trainern umgeht und später noch umgehen sollte, zeigt sich relativ schnell. Wiesinger wurde im März auf Rang 2 entlassen. Sein Nachfolger Steffen Krämer glückte der Aufstieg aufgrund einer herausragenden Siegesserie. Ähnlich wie vieles, was in der Oerdinger Geschichte passiert ist, war diese Relegation, die man damals noch spielen musste, denkbar. Der Kfz Oerdingen als Vertreter der Westliga spielte gegen den zweiten der Südwestliga, den SV Waldhof Mannheim. Mannheim hat dabei das Kunststück fertig gebracht, gleich dreimal hintereinander in dieser Aufstiegsrelegation zu scheitern. Nachdem man in den Jahren zuvor bereits in dieser Aufstiegsrelegation versagte, war die Stimmung in Mannheim entsprechend angespannt. Oerdingen setzte sich sportlich mit 1 zu 0 und 2 zu 1 durch, wobei das zweite Spiel aufgrund von Fanausschreitungen abgebrochen werden musste und letztendlich mit 2 zu 1 gewertet wurde. Zu dem Zeitpunkt führte Oerdingen sowieso und Waldhof hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, die Partie noch zu drehen. Dennoch ist es ziemlich denkbar, dass so ein wichtiges Spiel im Endeffekt nicht zu Ende geführt werden kann. An dieser Stelle muss man aber nochmal einordnen, dass diese Aufstiegsrelegation aus der Regionalliga sowieso der größte Quatsch ist. Normalerweise sollte jeder Meister aufsteigen und man kann die Wut der Mannheimer wahrscheinlich entsprechend verstehen. Doch das ist alles Schnee von gestern. Was auch Schnee von gestern ist, sportlicher Erfolg in Oerdingen. In der dritten Liga wurde die Gier so richtig, richtig deutlich. Man kaufte kräftig ein, stellte einen guten Kader zusammen und spielte eine überragende Hinrunde. Platz 3 der Tabelle der ersten 19 Spiele. Das war eine Ansage. Doch Spiel 1 und Spiel 2 der Rückrunde verlor man deutlich. Und auf einmal musste Trainer Steffen Krämer gehen. Oerdingen entließ seinen Trainer in direkter Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Und was dann passiert, ist wirklich die Definition von Chaos. In der Rückrunde holt man gerade mal 11 Punkte. 11 magere Punkte. Das ist Absteigerbilanz. 4 unterschiedliche Leute sitzen in dieser Rückrunde auf der Trainerbank. Und keiner schafft es in irgendeiner Form, Konstanz in den Laden reinzubringen. Am Ende landet man auf Platz 11. Das ist okay. Doch der Schleuderstuhl Oerdingen bleibt bestehen. Auch im Jahr 2 in der 3. Liga hat man große Ambitionen. Wird am Ende 13. Und schafft es wieder, mehrere Trainer zu verbrennen. Dieses Rad dreht sich so sehr, dass am Ende wieder Steffen Krämer auf der Bank sitzt. Kurzzeitig war Stefan Effenberg Manager. In der Corona-Phase trat er allerdings zurück. Ein weiterer wichtiger Punkt, um den Oerdinger Downfall später zu erklären, ist die Stadionfrage. Die heimische Grotenburg war leider nicht mehr Drittligatauglich und musste saniert werden. Der Verein hatte quasi kein Vereinsgelände. Die Trainingsbedingungen waren laut Aussage des Besitzers prekär. Der KFC war infrastrukturell einfach nicht auf dem Stand eines ordentlichen Drittligisten oder Zweitligisten. Letztendlich hatte man ungefähr einen Schnitt von 4000 Zuschauern und spielte dennoch in Duisburg. Und im zweiten Jahr in der 3. Liga zog man nach Düsseldorf um. Das sind riesige Stadien, die zu 90% leer waren. Die Stadionmiete bei beiden ist beträchtlich. Das kostet extrem viel Geld. Und entsprechend der finanziellen Probleme schaffte man es im Jahr 3 in der 3. Liga, diese Stadionmieten nicht mehr zu zahlen. Schon während der Saison 2020-21 kündigte der Investor an, sich zurückzuziehen. Erfolgreiche Gespräche mit neuen Investoren gab es nicht. Ponomarev selbst sagte, dass der Verein nichts Wertvolles habe außer einer Drittligalizenz. Kein eigenes Stadion, was tauglich ist. Kein gutes Trainingsgelände. Prekäre Bedingungen. Wenn man das über seinen eigenen Verein sagt, ist das ja schon ein Armutszeugnis. Meiner Meinung nach. Als Ponomarev bereits im Januar zurück trat, brachen alle Dämme. Der Verein musste Insolvenz beantragen. Wie gesagt, es gab kein Nachfolge-Investor. Letztendlich übernahm ein armenischer Investor die 97,5% der Anteile, sodass zumindest die Saison zu Ende gespielt werden konnte. Entsprechend der ausbleibenden Zahlung der Stadionmiete in Düsseldorf zog man ans Lotterkreuz und spielte vor Ort an den Lotte. Zumindest solange die Drittliga-Zeit weiter voranging. Sportlich schaffte man zwar den Klassenerhalt, aufgrund von Insolvenz und der wirklich, wirklich schlechten Lage aller Bereiche dieses Vereins erhielt man allerdings keine Lizenz. Der KFC zog sich letztendlich freiwillig in die Regionalliga zurück. Der armenische Investor stieg wieder aus. Er wollte den Neubeginn in der Regionalliga nicht verantworten. Die 2017 ausgegliederte Profiabteilung wurde abgewickelt. Das Spielrecht ging wieder auf den e.V., also auf den eigentlichen Verein, der dahinter steht, über. Was den Oerdingern in der Folge wehtat, sind die Schulden dieser GmbH, die zwar liquidiert wurde, aber letztendlich wurden 400.000 Euro Schulden beim Finanzamt auf den e.V. übergeschrieben. Das Konto des Vereins wurde entsprechend gefendet, man war komplett zahlungs- und handlungsunfähig. Wie soll man sich so auf eine Regionalligasaison vorbereiten? Es ist einfach nicht möglich. Erst eine Woche bevor die Saison startete, konnte man einen Trainer vorstellen und Spieler präsentieren. Entsprechend wurde dieser Rumpfkader abgeschossen und stieg sang- und klanglos ab. Es dauerte 10 Pflichtspiele, bevor man überhaupt eins gewinnen konnte. In dieser Saison inkludiert ein 0 zu 11 gegen Rot-Weiß Essen. Diese Mannschaft war und konnte eigentlich nie Regionalliga-tauglich sein. Die Eitlasten der Vergangenheit brachten Oerdingen um eine erfolgreiche Regionalligasaison und sorgten dafür, dass sich der Verein in der Oberliga Niederrhein wiederfand. Erste gute Nachrichten trafen erst ab 2022 wieder ein. Im Januar war die Insolvenz des Stammvereins abgeschlossen. Im April zog man zurück in die Grotenburg. Vorher musste man in Fellbad spielen. In der Oberliga läuft es sportlich maximal mittelmäßig, vielleicht sogar ganz okay. Erst erreichte man Platz 6 und in diesem Jahr schnuppert man an den oberen Plätzen. Ein Aufstieg ist in der Theorie möglich. Doch wer KFC Oerdingen sagt, der muss auch Insolvenz sagen. Denn die nächste droht. Der Hauptsponsor Das Bob, also wer bei diesem Namen nicht stutzig wird, der hat es auch nicht anders verdient, zahlte nicht. Man schloss sowieso einen sehr dubiosen Vertrag ab. Über sieben Jahre sollte man jährlich 500.000 Euro bekommen. Als Oberligist. Doch das Geld erreichte den KFC Oerdingen nie. So kündigte man den Vertrag auf und stellte zum 01.01.2024 fest, dass 500.000 Euro fehlen, um den Spielbetrieb weiterhin aufrecht zu erhalten. In der Folge zerfleischte sich der Vorstand die Vereinsführung selber. Laut Medienberichten sind ehemalige Mitarbeiter mittlerweile vor Gericht, müssen sich unter anderem wegen Untreue und Insolvenzverschleppung verantworten. Sowieso ist extrem fragwürdig, wie es um die Expertise von Mitarbeitern des KFC Oerdingen bestellt ist. Laut weiteren Medienberichten baute man 600.000 Euro Verbindlichkeiten im Jahr 2022-2023 auf. Das hatte wohl einen einfachen Grund, denn der Steuerberater besaß offenbar nicht das Wissen über Vereinssteuerrecht. So vergaß man gewisse Zahlungen zu kalkulieren und setzte den Etat für die Profimannschaft einfach zu hoch an. Zu diesen 600.000 Euro kommen weiterhin 500.000 Euro durch die ausbleibenden Sponsorenzahlungen. Eine Menge Geld für einen relativ kleinen Verein. Für Oberliga-Verhältnisse vielleicht ein riesiger Verein, wenn man auf den gesamten deutschen Profifußball und die Region rund um Oerdingen blickt, ein kleiner Verein. Der Klub hat dennoch die Regionalliga-Lizenz beantragt und möchte in Zukunft verantwortungsvoller wirtschaften. Was anderes kann man diesem Klub, den Fans und allem, was darum geschieht, auch gar nicht wünschen. Oerdingen hat eine spannende, eine abwechslungsreiche und erzählenswerte Geschichte. Es wäre extrem schade, würde der Verein noch eine Insolvenz erleiden und für immer in der Versenkung verschwinden. In diesem Sinne wünsche ich allen Verantwortlichen und Fans einfach mal viel Glück, dass man das packt und nicht in die Zahlungsunfähigkeit abrutscht. Ein Regionalliga-Aufstieg wäre ein großer Schritt, auch wenn man weit, weit weg davon ist, wieder professionell zu arbeiten und weiter nach oben zu schielen. Letztendlich sollte uns dieses Beispiel lernen, wie wichtig 50 plus 1 ist. Die meisten Investoren arbeiten sehr dubios. Die meisten Investoren interessieren sich eher für ihr Geld, als für das Wohl des Vereins, den man dort gekauft hat. Ponomarev selbst sagte, dass Oerdingen nur ein Investment sei und er aussteigt, bevor er zu viel Geld verliert. Den eigenen Fußballverein solchen Leuten zu überlassen, führt im Zweifel nur zum Absturz bis in den Niedergang. Und dass das Traditionsverein passiert, die trotz dieser ganzen Jahre in der Unterklassigkeit, in den Niederungen des deutschen Fußballs dennoch eine Zuschauerkraft mitbringt, ist einfach extrem schade und wird jedem wehtun, der dort lebt und diesen Verein unterstützt. Als Fazit bleibt nur zu sagen, passt auf eure Vereine auf und passt auf, wer in eure Vereine investiert und wer dort Macht erlangt. Im Zweifel sind Investoren schneller weg, als man gucken kann und hinterlassen einen Scherbenhaufen. Grüße gehen an 1860 München. Wie ist eure Meinung zu den Vorgängen bei Oerdingen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video hier liken, teilen könntet und meinen Kanal abonnieren würdet. Wenn euch für die zweite Bundesliga interessiert, checkt doch mal meinen Spotify-Podcast Erste Liebe Zweite Liga ab. Danke, dass ihr eingeschalten habt. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und ein paar neue Einblicke in die Fußballwelt geben. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.